38 Minuten Verspätung, dann ist dann dabei Platz, da reichen wir uns der nächsten Halb Lüneburg um 15.53 Uhr. Ich suche die nächsten Reisemöglichkeiten für Sie raus, sage Ihnen dann gleich Bescheid. Ja, der Grund für unsere Verspätung, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt noch nicht schön ausdrücken soll, da ich bin manchmal sehr traurig, also es gab Unstimmigkeiten über unseren Fahrplan. Und jetzt haben wir einen neuen Fahrplan bekommen und wir haben uns entschieden, dass wir nur noch bis nach Berlin fahren. Ja, das ist die Info, die ich jetzt erhalten habe. Wir halten mit unserem Zug noch in Lüneburg-Ölsten, Salzwegel, Stendal, Berlin-Spandau, Berlin-Hauptbahnhof. Wie es dann für Sie weitergeht, Richtung Bitterfeld, Halle, Erfurt, Würzburg, Nürnberg, Donauwürz, Augsburg, Rasing und München. Da suche ich raus und das sage ich Ihnen dann kurz vor Berlin Bescheid, dann weiß ich, wie wir ungefähr rennenliegen und dann sage ich Ihnen die nächsten Reisemöglichkeiten für Berlin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020